Je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Ich bin mit einem großen Kopf auf die Welt gekommen. Möglich, dass ich schon vor meiner Geburt verstanden habe, ein großer Schädel könne in diesem Land an der Grenze nur von Vorteil sein. Niemand kam bei seinem Anblick auf die Idee, an einen Rund- oder Spitzkopf zu denken. Der Kopf war so groß, dass die Form nicht interessierte. Es war darin Platz für zwei Köpfe. Und meine Mutter war einfach nur erleichtert, die Schwergeburt überstanden zu haben. Ich wurde noch im Krankenhaus auf den Namen Sabina getauft, der etymologisch nichts mit einem großen Kopf zu tun hat. Sabina war der Legende nach der Name einer vornehmen Römerin, die von ihrer Sklaven Serapia zum Christentum bekehrt wurde. Am Ende hatte man es auf beide Köpfe abgesehen. Erst wurde die Sklaven festgenommen und enthauptet, einige Jahre später deren Herren, meine Namenspatronen. Heute denke ich mir, es kann kein Zufall gewesen sein, dass ich mit meinem großen Kopf den Namen einer Geköpften erhalten habe und dass ich, obwohl keine fünf Kilometer Luftlinie von Schloss Tirol entfernt geboren, nach einer Römerin benannt worden bin und nicht etwa nach Margarete Maultasch, der alleinigen Erbin Tirols. Während meine Mutter ihre Geburtsverletzungen im Wochenbett auskurierte und ich auf der Säuglingsstation meiner Entlassung entgegenschlief, hatte mein Vater die Aufgabe, im Gemeindeamt meine Geburt anzuzeigen. Vielleicht war der Standesbeamte ein sympathisanter Bumser, jener gewaltbereiten Südtirol-Aktivisten, die für eine Loslösung Südtirols von Italien eintraten. Vielleicht war er aber auch selbst ein Opfer von Mussolinis Italienisierungspolitik. Niemand kann das heute mehr sagen. Doch soll der Beamte kopfschüttelnd meinen Taufschein betrachtet und aus dem Endvokal A kurzerhand ein E gemacht haben. Ist ja kein walsches Kind. Auf diese Weise erhielt die enthauptete Römerin ohne Protest meines Vaters, der in seinem väterlichen Glücksgefühl keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, einen deutschen Kopf. In den 60er Jahren wurde in Südtirol alles fein säuberlich getrennt. Alles war verdächtig, selbst Buchstaben. Also war es auch für meine Mutter, obwohl sie mit einer Italienerin befreundet war, die einen Sohn in meinem Alter hatte, klar, dass sie mich in den deutschsprachigen Kindergarten schicken würde, während das Kind ihrer italienischen Freundin, dass mein bester Freund geworden war, den Asilo Italiano besuchen würde. Sie hatte dabei meinen Kopf vergessen. Bei der Anmeldung soll ich mich schreiend auf den Boden geworfen und erst beruhigt haben, nachdem mir versprochen worden war, dass ich nicht von meinem italienischen Freund getrennt werden würde. Das blondlockige Kind bekam in der Folge eine dunkelgraue Einheitskleiderschürze übergestülpt und sang von da an inbrünstig Obwohl die Welt und die Sprache des kleinen Mädchens, so die Prognose der deutschsprachigen Kultur- und Bildungseparatisten, wie in der letzten Zeile des genannten Kinderliedes »Chiro, tiro, tiro, tondo, casca, il mondo« hätte zusammenbrechen müssen. Obwohl man den Eltern prophezeit hatte, die Kleine werde aufgrund des frühen Sprachwechsels an Identitätsverwirrung und Muttersprachenzersetzung leiden, schrieb es bald die besten Aufsätze in Deutsch und wurde später Schriftstellerin. Doch zuvor wurde dem Mädchen noch beigebracht, dass es nicht Walche für Italiener sagen durfte, dass die italienischen Vornamen des Vaters und der Mutter im Ausweis noch aus der Zeit des Faschismus stammten, dass es sich weder vor den Böllern der Schützen zu Maria geburt, noch vor den aufmarschierenden Alpini, den ehemaligen Gebirgssiegern, fürchten müsse. Das nähere Umfeld und die Eltern sorgten dafür, dass das Kind von ethnischen Anfändungen verschont blieb. Das gelang nicht immer. Einmal bad es in einer Bar um eine Cittone, weil es dringend telefonieren musste. Da es dazu nicht Telefonmünze gesagt hatte, wurde es des Lokals verwiesen. Ein andermal wurde es von einem blonden italienischen Postbeamten, den es aufgrund seines Aussehens spontan in deutscher Sprache nach ein paar Briefmarken gefragt hatte, mit den Worten »Parla Italiano, siamo in Italia« zurechtgewiesen. Während in der Realität in Schulhöfen Zäune hochgezogen wurden und Austauschunterricht zwischen deutsch- und italienischsprachigen Schulen untersagt war, erschuf sich das Kind seine eigene Welt. Es erfand deutsch- und italienischsprachige Figuren, fiktive Freundinnen, mit denen es in seinem Kopf spielte. Darin war Platz für alle. 1980 wurde in Südtirol Berthold Brechts »Die Rundköpfe und die Spitzköpfe« aufgeführt. Der Wiener Regisseur Götz Fritsch ließ deutsch-, italienisch- und ladinischsprachige Südtiroler das Theaterstück »Eine parabolisch-kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus« deklamieren. Hinter den rundköpfigen »Tschuchen« verbargen sich die Aria, hinter den spitzköpfigen »Tschichen« die Juden. Die Südtiroler Adaption des Theaterstückes versah »Tschichisch« mit dem Attribut »Italienisch«. Schüler-Aufführungen wurden verboten. Man wetterte gegen die Sprachmixtur. Die Trennungspolitik der Südtiroler Volkspartei erreichte ihren Höhepunkt mit dem Wahlkampfslogan »Je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns.« Die Schul- und Pausenbeginnzeiten waren in den deutschsprachigen Schulen andere als in den italienischsprachigen, damit ein Zusammentreffen der Schüler und SchülerInnen verhindert werden konnten. Auf allen politischen Ebenen setzte man auf Frontstellung gegeneinander, auf ethnische Geschlossenheit. Die junge Frau war noch nicht volljährig, als es 1981 zur Volkszählung kam. Über ihren Kopf hinweg wurde sie von den Eltern als deutschsprachig deklariert. »Du verbaust dir deine Zukunft, sei kein Dickschädel!« Die Einführung des Proporzsystems sollte eine Vergabe von öffentlichen Stellen nach dem ethnischen Schlüssel sichern. Für die junge Frau zählte der Mensch, die fachliche Kompetenz. Sie wollte nicht nach ethnischen Kriterien klassifiziert werden. »Ich bemühe mich«, schrieb schon Klaus Gatterer 1981, »gewisse Situationen nicht nur mit meinem Tiroler Schädel, sondern auch mit italienischem Kopf durchzudenken und zu prüfen. Hatte auch er zwei Köpfe in einem? Einen Doppelkopf?« Schon 1978 war ich als Mädchen nach Rom gereist, um in einem Hotel zu arbeiten. In den Zimmerstunden besuchte ich die unter dem Hochaltar ruhende Santa Sabina in der gleichnamigen Basilika. Wann immer es möglich war, verbrachte ich nun Zeit im italienischsprachigen Italien, übersiedelte nach dem Studium für mehrere Jahre nach Venedig, stets auf der Suche nach dem verlorengegangenen A, nach der anderen Sprache, nach den Möglichkeiten eines plurikulturellen Zusammenlebens, nach einem multinationalen europäischen Normalzustand, der nicht Zwangsassimilation bedeuten sollte, sondern Akzeptanz, Respekt, Vielfalt nach demokratischen Regeln, stets auf der Suche nach einem Hut, der passte. In einem Land, in dem sich am Ende alle sozialen, politischen und kulturellen Fragen immer wieder dem ethnischen Thema unterzuordnen hatte, in dem die heilige Familie und der Herrgottswinkel angebetet wurden und kein oder kaum Platz für andere Lebensmodelle war, wo das Miteinander nicht als Chance, sondern als Verurteilung verstanden wurde, wollte die junge Frau nicht länger bleiben. Gewiss, es gab mehr Doppelköpfe mit der Zeit, sie schlossen sich zusammen, aber sie sind noch immer die Minderheit. Das Land öffnete sich viel zu langsam, vor allem aus pekuniären Gründen. Der Weltoffenheit für den Fremdenverkehr stand die ideologische Geschlossenheit im Inneren gegenüber. Nach der Umsetzung weitreichender Autonomierechte nahmen zwar die Spannungen zwischen den deutschsprachigen und den Italienern ab, aber von einer Convivenza, einem Zusammenleben, kann nicht die Rede sein. Es ist ein Nebeneinanderleben. Heute fürchten sich die Menschen in jenem Land nicht mehr vor den Italienern, sondern vor ein paar Migranten, welche die für den Tourismus aufpolierte Dorfidylle stören könnten. Brauchtum und Südtiroler Identität sind längst Kassenschlager, eine einträgliche Marke. Als im Jänner 2023 Giorgio Meloni und ihre rechte Partei Fratelli d'Italia an die Macht gekommen war, sprach der einst aufgeschlossene, für ein weltoffenes und pluralistisches Südtirol eintretende Landeshauptmann Armin Kompatscher davon, dass es bei Fratelli d'Italia immer noch Faschisten oder Neofaschisten gäbe, mit denen seine Partei nichts zu tun haben wolle. Doch schon in den 1920er Jahren hatten deutschsprachige Wirtschaftstreibende keine Berührungsängste mit den Faschisten gehabt. Gegenwärtig sind 62% der Südtiroler und SüdtirolerInnen mit Giorgio Melones Arbeit zufrieden. Die Wirtschaft denkt primär an ihren Profit und verdrängt die faschistische Geschichte. Jene, mit denen man nie etwas zu tun haben wollte, die man aus Angst vor einer Italienisierung bekämpft hatte, hat man sich nun in die Landesregierung geholt, obwohl eine linksliberale Mehrheit möglich gewesen wäre. Die radikale Rechtswende wird mit dem Ausbau der Autonomie begründet, mit der von Meloni versprochenen Wiederherstellung verlorengegangener Zuständigkeiten. Die Fratelli d'Italia stehen in der faschistischen Tradition. Ihr Nationalkonservatismus ist alles andere als minderheitenfreundlich. Ich bin mit einem großen Kopf auf die Welt gekommen. Er ist nicht groß genug.